Die Kamera Nimmt man die Pentax K5 II in die Hand, fällt neben der soliden Bauweise auch der Handgriff sofort positiv auf. Dieser ist gummiert und sorgt für ein sicheres und bequemes Handling der Spiegelreflexkamera. Tasten und Wahlräder, soweit das Auge reicht, bestätigen die gehobene Ausstattung der Digitalkamera. Auf der Vorderseite befinden sich links ein Schalter für den Fokusmodus, eine relativ frei belegbare Taste, die unter anderem für das Einstellen von RAW-Bildern verwendet werden kann und eine Blitz-Synchronisationsbuchse. Daneben wird über eine Taste neben dem Blitzschuh auch der Blitz herausgeklappt. Der interne Blitz besitzt eine Leitzahl von 13, über den Blitzschuh können auch externe Blitzgeräte angeschlossen werden. Links neben dem Blitz liegt das Programmwählrad, das mit einem Lockschalter gegen das versehnliche Verstellen des Programms geschützt ist. Darunter liegt, etwas schwerer zu erreichen, ein Schalter zum Einstellen der Belichtungsmessung. Auf der rechten Oberseite, der Pentax K52, liegen nicht nur ein Einstellwählrad, der Ein- und Ausschalter, der in einer dritten Position auch zur Abblendtaste wird, sondern auch eine Taste zum Einstellen der Belichtungskompensation und des ISO-Wertes. Zudem befindet sich dort auch ein Display, auf dem die wichtigsten Fotoparameter, wie beispielsweise der ISO-Wert, die Blende oder die Belichtungszeit angezeigt werden. Auch auf der Rückseite liegen sehr viele Tasten, Schalter und Wellräder für den direkten Zugriff auf die wichtigsten Einstellungen. Alle Tasten fallen relativ groß aus und besitzen einen guten Druckpunkt. Dies trifft auch für den Auslöser zu. Der optische Pentaprismensucher, der Pentax K52, deckt 100% des Bildfeldes ab und vergrößert 0,92-fach. Eine spezielle Mattscheibe soll das manuelle Fokussieren erleichtern. Als Display kommt bei der Pentax K52 ein 3,0 Zoll großes Farb-LCD zum Einsatz, das 921.000 Subpixel auflöst. Es lässt sich weder drehen noch schwenken, besitzt aber einen großen Blickwinkel. Auf der Unterseite der Pentax K52 erhält man den Zugang zum Akku. Dieser besitzt eine Kapazität von 1860 mAh und wird in einem separaten Ladegerät aufgeladen. Rechts befindet sich hinter einer Klappe das Speicherkartenfach für SD, SDHC oder SDXC-Speicherkarten. Darunter liegt der Anschluss für eine Fernbedienung. Neben einem HDMI und einem USB-Port besitzt die Pentax K52 auf der linken Kameraseite auch noch die Anschlussmöglichkeit für ein Netzteil. Darüber liegt der Anschluss für ein externes Mikrofon. Als Kit-Objektiv bietet Pentax für die K52 das gegen Staub und Spritzwasser geschützte 18-135mm WR-Objektiv an. Dieses deckt an der Spiegelreflexkamera eine Kleinbild-äquivalente Brennweite von 27-203mm ab und besitzt eine Lichtstärke von f3.5 bis f5.6. Bei einem Fakt mit Biff sondern Untertitelung des ZDF, 2020